Also ich muss kurz gucken, dass ich einen Strom irgendwann was hier rüber kriege, weil das ist kaputt. Natürlich auch einzelne Fabrikdingen haben können, nur für die Stufe 1 Fabrikkarte, weißt du was ich meine? Ja. So nach dem Motto Stein zu Beton und keine Ahnung, die erste Schiene an Kupfer, sprich die Platten und die Stangen. Und alles was danach nach drauf wird, hätte man in einer weiteren Fabrik machen können und die verbinden können mit Zügen. Okay. Oder wie fändest du sowas? Kann man auch machen. Ach scheiße. Drei. Nein, nicht hasse es. Vier. Fünf. Zwei. Dass man sich immer wieder neu programmieren muss, muss ich schnell tasten. So. Wo waren jetzt die Wände? Wände. Ich mach den mal jetzt auf die 9. Dann hab ich den nicht immer parat. Den mach ich mal auf die 8. So. Ähm. Strommast. Ich muss nur mal kurz, es tut mir leid über Strom, es tut mir jetzt echt leid. Es ist möglich, dass wir gleich Probleme bekommen. Wegen? Mangelndem Strom. Du brauchst doch gar keine Maschinen, oder? Nein. Nein. Ich muss deine Raumverbindung kurz trennen, wegen der Wand. Der fliege ja auf. Ich hoffe, dass ich die durch das Fenster gezogen bekomme. Das wäre jetzt echt schön. Naaah. Wohl nicht. Ah doch, scheiße, funktionieren. Nicht genug Freiraum auch, leck mich. Na. Komm schon. Das muss gehen, bitte. Das wäre sonst jetzt richtig fetzend. gut hergestellt ja dann haben wir jetzt eine lücke in der wand kann man aber auch gut vorstellen dass es da später auch noch andere wand elemente für gibt es jetzt in den höheren tierstufen bei der erforschung noch nicht gibt dann kommen die bestimmt später ich meine das game ist so frisch auf dem markt das wird der wand gefällt mir gar nicht jetzt oder lösung für so dann haben wir die seite auch schon mal durch na und hier hinten noch schön ich glaube ich werde jetzt einfach nur damit es ein bisschen abwechslung reinkommt die wände hier drüben noch mal anders gestalten ja war ich so einmal den so rum damit man euch aus den fällen erkennt hier kommt was rein auch wenn man die fälle sehen kann aber naja so wo sind sie da denn so rum 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 ja so das sind so eingänge hier dann wieder zurück zu neuen so rum so rum haben wir dann auch ich bin gespannt wie das gleich aussieht wenn die wand immer fertig ist wenn so vor allem von außen So, dann hier nochmal, da noch eine und dorthin. So, theoretisch ist die erste Wandseite schon mal fertig. Warum sind hier einfach Platten übereinander? Ähm, wo? Und warum ist hier kein Strom? Hallo, Strom? Achso. Welche Etagen hinten, oder? Eine unter dir. So, Strom ist wieder da. Hier hinten sind ganz viele Platten übereinander. Ähm... Opa? Hinten? Hier. Achso. Oh, die hab ich da noch stehen gelassen. Ähm, weil ich wissen wollte, wie viele Platten die zwei Etagen dazwischen liegen, weißt du? Weil ich ja eine Etage drunter gesetzt hab und was mir ja ein bisschen schwierig ist, weißt du? Ja. Ja. Das heißt für Early Access, aber muss es ernsthaft verpackt sein? Die Hersteller verstecken sich heute alle hinter dem Namen. Early Access. Das ist ernsthaft so. Ne? Damit, wenn irgendwie Fehler gibt. Ja, ist Early Access. Das können wir auch nicht so viel. Ja. Ja. Ich sag's mal überlegen. Hier, du kennst ja die Forest, ne? Ja. Wie lange hat das in der Early Access war? Haben wir das nicht gehabt, das Spiel haben... Die haben schon gespielt, oder man? Bitte? Ich weiß nicht, wie lange gibt's das schon? Das gibt's schon fast, ich glaub, keine Ahnung, vielleicht sechs bis acht Jahre? Ich mein, wir hätten das mal 2015 schon gezockt, oder? Das ist gut möglich. Ich weiß es gar nicht. Ich hab das noch gezockt, wo ich noch in der... also vor der Ausbildung. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen hier. Ja. Oh Gott. Wir werden alt. Ja. Und ich hab viel zu viel Material im Moment, da sehe ich gerade. So, dann wieder zurück zum neuen. Kann man eigentlich noch hin? Ist da irgendwas auf dem Sinne? Gut, ich hätte zwischendurch mal das ein oder andere Fenster einbauen können. Das, ähm, ja. Können wir später nachrüsten. So, nachdem wir die Wände dann drinnen haben, ist das nächste Projekt, äh, die Stahlproduktion, ne? Ja. Genau, jetzt, ähm, wird ja schon Kohle bei uns reingeliefert, ne? Ja. Ähm, das heißt, wir brauchen eine neue Eisenmine. Die müssen wir noch anzapfen. Oh Gott. Und auch da hinlegen, weil wir brauchen ja Eisenerz und Kohle. Ist ja nicht so, dass ich noch weiß, wo wir sechs andere Eisenmine haben. Waren da direkt sechs oder waren es da vier und auf der anderen Seite waren es nochmal zwei? Das sind direkt sechs. Das sind ganz direkt nebeneinander vier Stück. Ja. Und, äh, direkt über dem Berg sind nochmal zwei. Auf der anderen Seite zur anderen Kohle Mine sind nochmal zwei, ne? Oh Gott. Die haben wir alle noch nicht angeschlossen. Stimmt. Also, wir könnten, wir könnten, wenn wir jetzt keine Freizeit hätten, ne? Äh, bitte wiederhole den Satz nochmal. Denke über, darüber nach, was du gesagt hast. Ähm, sagen wir einfach, hätten wir... Egal. Du kannst es nicht schönreden, wir haben nichts zu tun. Oh Mann. Nein. Warum setzt du die Wende immer wieder andersrum? Das ist doch kacke. Schon wieder. Schon wieder. So. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch die nächste Nacht gespannt. Warum? Weil die untere Etage so gut wie geschlossen ist. Also, sie hat geschlossen. Und wir haben keine Fenster hier. Das heißt, es wird zu dunkel. Es ist möglich. Na. So. Trotz aber, jetzt ist es komplett fertig. Scheiße. So, fliege ich sie. Na, nee. Dazu muss ich jetzt hören. Gut. Das heißt, wir wissen, was wir jetzt machen? Ja. Ich glaube, die erste Wand ist fertig. So. Ist es richtig, dass du die eine Wand hier nicht gesetzt hast, hier unten bei mir? Eigentlich nicht. Aber da konnte ich keine setzen. Warum auch immer. Ich dachte, das ist ein Bug. Aber wenn du sie auch nicht siehst, dann haben wir da ein größtes Problem. Ähm. Welche Wände hast du da gesetzt? Die Stahlwände mit dem Stahlkreuz quasi. Ich habe sie gesetzt. Sie sitzt jetzt. Okay. Ich konnte sie nicht setzen. Okay. Also, bei mir ging es zurück. Scheiße. Das kommt hier nicht mehr raus. Komm ich hier noch raus? Scheiße. So, darum. Sieht halt schon geil aus, wenn das alles so geschlossen ist. Na, vor allem, wie sieht das von außen aus? Da müssen wir mal von der anderen Seite. Ja, Moment. Ich habe ja noch ein bisschen was vor mir. Wenn wir jetzt nicht nur eine Etage angucken von außen, wenn das schon alles. Zumindest die Front muss noch her. Hatten wir nicht eine Aussichtsplattform oder? Ja. Doch. Ich dachte mir so, die Aussichtsplattform war wunderschön, um mal so ein bisschen Überblick über die Landschaft zu haben. Eine Minute später stand der Weltraumlift direkt daneben. Achso, du hast es auch nicht gesehen, oder? Ja. Verstehe. Das ist gut und wunderschön. Kann das sein? Ja, das kann sein. Einfach so ein grauer Kasten. Mit der Förderbandwand müssen wir nochmal was ändern. Okay. Ja. Mach du einfach erstmal die Wände und dann schauen wir mal gleich, was es für Probleme gibt, ne? Okay. So, wo haben wir sie? Da. So, das weg. Das weg. Und das weg. Die hatten wir. Dann können wir die ganze Scheiße wieder verbinden. Das noch. Da ran. So. Ich dachte gerade kurz da geht's runter. Schau was da. Obwohl, die können ja jetzt eigentlich weg. Und Wände. 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 Hier kommen wieder diese Wände hin. Wow. Ich muss den falschen Knopf drücken. Okay. Das mit der Plattform da oben ist jetzt ein bisschen blöd. Das muss ich anders lösen. Ach, ernsthaft. Ernsthaft? Jetzt? Geht das nicht? Mann, das ist doch jetzt kacke. Warum geht das nicht? Fondamenta. Nein. Ach, Mist. Da war es nicht gerade. Perfekt. Problem mit dem ist, äh, Wände. Die Wand und diese Wand. Dann wieder zur neuen. Und weiter geht's. Okay. Ganz viel Spaß dabei Wände zu ziehen. Ich kann mir nichts schöneres auf dieser Welt vorstellen als Wände. Noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Der Abweichungsreich bei dir, oder? Genau. Es macht ganz viel Spaß. Was für brauchst du bei den Wänden gerade eigentlich alles? Platten und, äh, Tauen. Hier auch nochmal hin. So. Okay, die Fassade ist auch fertig. Das ist ja nicht mehr halt. So. Ich kann ja schon wieder keine Wand hinsetzen. Mann. Du müsstest gleich mal bitte gucken, dass du nochmal eine Wand hier verbesserst. Ja. Ganz unten. So. Das haben wir auch. Ernsthaft? Jetzt kann ich aber doch keine Wand hinsetzen. Leck mich da mal Arsch. So. Ähm. Wo haben wir da? Fundamente. Da. Ich kann die noch irgendwie da einsetzen. Ach maaaann. Na. Geht auch. Mag ich es mal kurz runterkommen? Ja. Das ist gerade noch schlecht. Aber ich hoffe gleich, ja. Ich muss mir gerade noch drei, drei Wände setzen, die ich nicht setzen kann. Warum auch immer. Ja. Spielt wieder keinen Bock auf mich. Spielt wieder keinen Bock auf mich. So. Ich muss sagen, mit dem Auto bin ich echt zufrieden. Das mit diesem... Eine Etage hoch und dann... Ja. Balken, oder? Weiß ich. Gut geworden. Ja. So. Ähm. Das muss ich auf drei auch wieder hochziehen. Eins, zwei, drei. Ich bin in die Platten wieder aus. Was ist hier jetzt los? Warum kann ich jetzt da keine setzen? Hallo? Ähm. Mach dich doch spielen, ne? Michi? Ja. Hängt das Spiel gerade bei dir? Ähm, Moment. Ähm, ja. Warum? Weil es gerade extrem beschissen ist. Kannst du gerade gar nichts machen? Ich kann keine Wände setzen, die Fördermannlagen laufen nicht mehr, die stehen alle. Überall fehlt zum Teil Material auf den Förderbändern. Hallo, PC. Hallo. Okay. Ähm. Die Aufnahme wird noch mal unterbrochen wegen technischen Fähigkeiten. Oh, ich bin gerade auf dem Server geflogen. Ähm. Bis gleich. Gut. Synchronisiert ist. Kann es weitergehen. Mit der nächsten kurzen Session. Die sich dann auch wieder zwei Stunden hinziehen wird. So. Heuchtiger Plan? Heutiger Plan? Eigentlich schon gesträger Plan. Also wir sind eigentlich gar nicht im Plan. Ähm, Stahl. Genau. Dazu brauchen wir Koda haben ja schon unten. Äh, Eisen. Eisen. Eben, wir müssen mal, äh, anschaffen. Weißt, wir müssen anschaffen gehen? Genau. Wir müssen Eisen anschaffen gehen. Dann auf nach unten. Ist das hier schon unten? Ja. Eigentlich müssen wir auf die andere Seite der Möp erstmal, ne? Ja. Deswegen gehe ich hier gerade rüber. Ist es ne Pistole? Ja, die geht zum Cockpit. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Achso, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zawon. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Dimm, 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 dimm. Ähm. Dimm! Weiss! Oh, mein Gott! Ah.